Hallo und willkommen zurück bei Backdown. Heute mit Phipps. Wie immer. Wer ist Phipps? Die alte Hackfresse kann ich schon gar nicht mehr sehen. Ich kann ja weggehen. Nein. So ernst meine ich es auch nicht. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Du weißt doch wie ich es meine. Ernst, ja. Nein. Doch. Wenn ich was ernst meinen würde, irgendwann in meinem Leben mal. Dann wäre es Tequila. Nein, jetzt kommt hier Wasser rein. Was machst du eigentlich? Mein Keller bauen. Ah, das klingt ja spannend. Was geht mit den Leuten da draußen? Wieso kamen da nur... Nee. Die feiern Party ohne dich. Ich glaub's so langsam auch irgendwie. Immer wenn du zockst, dann feiern die Party. Ja, aber ich bin ja nie für eine Party zu haben. Ja, siehst du. Genau, deswegen feiern die auch Party, wenn du zockst. Ah, ich erkenne die Logik. Ja. Wäre schlimm, wenn nicht. Phipps, du bist so logisch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß. Ich bin... Geflasht. Logik hoch 3. Hoch 25. Was kann ich denn mal weglegen? Das kann ich mal weglegen. Das beide. Die beiden. Was mach ich? Ich brauch Cooper Cable. Cooper Cable? Hast du Cooper Cable? Nein. Hast du Cooper Cable? Hast du keine Cooper Cable? Warum hast du keine Cooper Cable? Warum hast du das nicht? Pff. Die Fliege ist wieder hier. Die Fliege. Ach, die Fliege. Ich mag sie. Irgendwie mag ich sie. Das war schon wieder eine Katze. Oder bitte ich mir das echt ein? Nein, das war jetzt diesmal wirklich meine Katze. Ich bin doch nicht paranoid. Ein bisschen. Ich bin nicht paranoid. Wer sagt sowas? Ich. Oh Gott, es hört sich an wie... Keine Ahnung. Schwangeren Gymnastik. Fah? Watt. Money, 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 money. Money, money, money. It's so funny. Wie kann ich das ein bisschen machen? Das ging doch früher auch mal besser. Ich habe gerade keinen Plan, wie ich das bauen soll. Bisschen blöd. Ein bisschen. Das ist doch da oben hin, ne? Ja. Ja, das war der... Oh, das kann man erinnern. Weißt du, was ich gerade überlege? Nö. Diese, ähm, diesen MFS Area Protector, ne? Ja. Können wir das über das ganze Dorf ziehen? Oder reicht das dafür nicht? Theoretisch, wenn wir zwei benutzen. Und muss man diese schöne Karte irgendwie aufladen, oder? Wie läuft das ab? Na, das Ding braucht an sich Strom, also dieser ganze Schild. Achso. Und sehr viel Strom. Sehr viel Strom. Ja, weil als er bei mir stand, dann... Da hat er ja ohne Strom eigentlich. Hm, nee, da hat er auch Strom verbraucht. Wie hat er denn Strom gelegt? Also, ich habe ihn nicht hingeschlossen. Ja, von meinem Reaktor. Der funktioniert, äh, ohne, dass man den direkt mit dem Kabel verbinden muss. Achso. Ja, aber Strom braucht er schon. Achso, okay, okay. Ich verstehe. Verstehst du? So, und jetzt kann ich hier die... Jetzt kann ich hier die Maschine anschließen, das ist super. Es wird, Phipps, es wird. Wird ja langsam Zeit. Hm, nee, nee, nee. Ist Folge 100 da? Wollen wir eh alles in die Luft springen. Genau. Ein Spaß. Ein Spaß, natürlich. Wäre ja langweilig. Ja. Wieder was in die Luft zu springen. So Mainstream, weißt du. Kronkh hat auch was in die Luft gesprengt, deswegen ist es jetzt uncool. Na ja, stimmt. Aber es war ja auch ein Zehntel davon, was wir gemacht haben. Tja. Wir waren schon krank, ey. Also wir, wir haben, wir haben ein Zehntel von dem, was er gemacht hat, so. Tja. Ja. 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 Dafür was geht da draußen? Ich höre nur ein Gepolter. Deswegen, ey. Ich hab mal jetzt das Heißer geschlossen. Au. Oh, hier Brücken. Ich hab gedacht, du hast irgendwie so ein Fenster, äh, so ein Glasteil runtergeschmissen. Nein, das ist diese super tolle Fensterdeko. Ja, ist das. Geil. Will ich nicht haben. Warum nicht? Die ist doch voll cool. Nein, will ich nicht haben. Ach du. Ich hab so ein geiles Rollo, das kann ich. Ja, das hab ich auch. Von außen so. Ja, das hab ich auch. Oh, gut. Das ist voll cool so. Und wenn man morgens dann aufsteht und das Rollo aufmacht, kriegt man erstmal so einen richtigen Schock in den Augen. Das ist auch schön. Ah, scheiß Welt. Ja, Montagmorgen so, denkt man sich das dann immer. Ja, von zu, ja. So, die Maschinen funktionieren. Aber geheim, das darf ich ja noch nicht sagen. Verstehst du? Ein bisschen. Du verstehst schon, was ich meine. Du, du hast das schon. Ja. Ich bin grad müde. Ich könnte jetzt so einschlafen. Ja, mach doch mal so live. Ja. Ich bin ja wie auch müde. Deswegen. Wir hören gleich noch zwei Folgen wieder aufzunehmen. Genau. Wird sich's auch voll lohnt. Nur, es hat sich gelohnt. Na klar. Bist du Folge 95 aufgenommen? Yeah. Nee, 96. Nee, keine Ahnung. 100. Oh, wir haben schon Folge 100. Hallo, Leute. Das ist das Special. Ja. Einfach so weitermachen. Für Special und so. Ja, Special Cut. Oh mein Gott. Du bist voll krank. Ich weiß. Du bist nicht stammal. Alter. Scheiniger. Ist doch gut. Du bist ja Katzenquäler. Ist doch gut. Ist doch gut. Ist doch gut. Ist doch gut. Die hat sich grad ihre Pfote geklemmt, als sie sich umgedreht hat auf meinem Schoß. Was macht denn die Katze eigentlich für Sachen? Die hat sich mit ihrem eigenem Gewicht auf die Pfote gelegt. Hey, hey, du fällst da runter. Ja, dann verpiss dich. Dann verpiss dich. Kann ich weiterspielen. Yeah. Ja, verpiss dich auch ganz aus dem Zimmer, Mensch. Ich hab' ich noch... Ich könnte mal noch ein Maserato bauen. Maserato. Maserato? Maserato. Ich hab' mir extra so'n, so'n anderen Maserato gebaut, so'n... Ja, ja, den hab' ich ja auch schon. Achso. Den hab' ich schon. Ja, der ist echt praktisch. Ich weiß. Ich weiß. Du zieht nur scheiß'n viel Strom. Doch, ne, so viel auch nicht. Doch. Ja, gleich hast du ja wieder welchen. Ich hab' ja noch ganz viel gespalten. Ich weiß gar nicht, wie viel. Läuft der noch? Der läuft noch. Gut. Wie sieht's hier aus? Hier vorn sind sieben Millionen schon mal drin. Also das hält ne Weile, würd' ich sagen. Oder? Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ey, wir haben ja alles da. Das ist ja wie gewollt, dass ich dieses Ding baue. Schnüff. Hast du mir jetzt weißes Licht gemacht? Nein, noch nicht. Äh, ich hab' noch welches übrig. Achso. 16 Stück. Ja, das könnte reichen. Und außerdem ist das ne weiße Lampe. White Lamp. Und nicht weißes Licht. Muss man beachten. Licht ist für mich ne Lampe. Nein, das ist viel zu einfach. Ach ja. Immer dieses Reapay. Nein! Ah, ich bin ja ein Idiot. Ich kann dir mal so nicht erzählen, was hier am Wochenende vor... Erzähl doch mal. Ich hab dir das nicht erzählt. Natürlich. Du bist doch eingeladen. Klingt geil. Äh, und sonst so? Pfff, sonst ist man langweilend so. Ja. Das ist Standard-Kram so. Ah, die Nutten und Drogen und das ganze Alter wird voll geil. Oh ja. Nehmen wir extra für euch auf. Das wird das Special. Oh yeah. Folge 100. Let's play. Wissen Newton. Ja, das wird schon krass. Das wird schon witzig. So, die Maseratoren laufen. Ups. Nein! Doch! Ich krieg zu viel. Wieso denn? Weil er die Stufen nicht so baut, wie ich will. Oh, Armerpips. Hilfe. Ah, wo bin ich? So. Warte mal. Oh, yeah next please. So, hab ich das alles gebaut. Was möchte ich denn als nächstes machen? Ich hab so viel vor eigentlich noch. Ich will auch noch... ...namnamnamnamnamnamnam. Ja? Das kommt noch, das Lagersystem. Was ist denn hier oben eigentlich schon wieder? So. So. Mal das Auge fixt. Höö... Höö... Hööpün-büpf. Achso, ich wollt jetzt deine Stromcarbell legen. Das klingt nach'n Plan. Wolltest du das? Wow! Was denn? Wow! Copper Cable Wow! Was denn? Der Induction Fernand frisst mir die Haare vom Kopf. Ja Der guter Induction Fernand. Was würden wir ohne ihn machen? Haare auf dem Kopf Kabel. Ja 47 Stück das ist gut. Das dürfte doch eigentlich reichen. Du musst mir mal sagen wo ich nach unten gehen soll bei dir. Mit dem Kabel. Am besten äh ich warte ich hab's schon glaube ich. Die Bedbox hier ist ja angeschlossen. Ja. Ja. Dann nehmen wir doch einfach die Bedbox. Die hier schon so vorgefertigt steht. Extra für dich. Und schließen die einfach mal in das System ein. Huch. Fuck the system. The system is alive. Nein. Ist zwar anders. So wo kann ich denn? Wo ist denn hier unten? Müsst du mich einfach mal nach unten graben. Das ist ne Idee. Ja ich hänge. Und das nicht das erste Mal. Ich bin hängen geblieben. Äh ok das war natürlich auch schlau. Mal das Bedpack aufladen. Und äh hier Jetpack. Das war natürlich äh hm 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 hm. Also das heißt da müssen wir schon noch ein paar Blöcke rüber. Ich hab schon den Übergang zu dir gebaut. Hast du? Also ne noch nicht bei dir angekommen aber. So angefertigt sag ich jetzt mal. Angefixt. Ich hoffe man hört die Stimmen draußen jetzt nicht. Nö nö. Nö nö. Das ist schon alles gut. So dann müssen wir doch hier rüber. Hier rüber genau. Mit dem Kabel. Das braucht doch kein Mensch hier. Und dann gehen wir hier mit dem Kabel wieder hoch. Wo wir es finden würden. Ah hier ist es. Dammit. Ach jetzt hat man es kurz gehört. Hm. Äh wie 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 wieso. Achso achso. Na. Äh. Na. Er macht es so. Ah so. Hier hoch. Und äh. Dann bist du am System gleich angeschlossen. Drei. Zwei. Eins. Jetzt. Ja das möglich. Wie es merkst du. Was machst du denn? Nein. Und jetzt. In der Bitbox kommt was an. Ja das gut. Ich wollte ihn nicht. Arscheln. Den Arm nehmen. Ja. 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 Ich meinte schon. Ich baue nur zwei Keys. Hast du zwei Keys? Nein. 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 Was für mich. Ich würde dir doch nie Keys geben. Mensch. Wie sehe ich denn aus? Die Phipps. Das ist ein Argument. Das ist ein Argument. Haben keine. Hips. Haben keine. Hips. Keine. Keine Keys. Hips. 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 Da wussten wer der Babo ist. Hehehe. 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 Einspielungen oder wat? Hey. Electric Fernance. Electric Fernance. Electric Circuit. So. Dafür brauche ich. Da. Dann habe ich dich auch. An den Strom. Kreislauf angeschlossen. Damit er nicht glücklich wird. Ich bin niemals glücklich. Das weißt du doch. Stimmt. Das war ja auch relativ schlau hier. Naja. Das hast du jetzt schon wieder kaputt gemacht. Nix. Ah nix. Ist alles gut man. Glaube ich dir nicht man. Ist aber so man. Glaube ich dir trotzdem nicht man. Ist mir egal man. Mir bin ich man. Ich bin Ghetto man. Das glaube ich dir man. Ja. Weißt du eigentlich dass die Folge schon wieder vorbei ist. Iron F... Jetzt schon? Ja. Schon längst. Pfff. Oh ich muss mich mal kurz zurücklehnen. Oh so. Okay jetzt können wir weitermachen. Haha. Also das war die äh. 95. Folge von Techdown. Ich weiß es nicht. Aber so ungefähr. Ja so Pi mal Daumen. Ja. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Ciao Leute. Tschüss.